Ich finde es genau so wenig gut, wie wenn man sich einen Kopf von einem Elch dahin hängt, der ausgestoppt worden ist. Abartig. Kann ich nicht anders sagen. Ich mag es überhaupt nicht. Ich denke, wenn ich das in jemandem Haus gesehen habe, wäre es ziemlich schockend. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Finde ich pervers. Abscheulich, ein Relikt aus der Kolonialzeit, was ich auch dachte, dass es das nicht mehr gibt. Höchstens vielleicht noch in Asien, wo man da sowas macht. Aber hier in Deutschland dachte ich, dass das nicht mehr möglich ist. Warum? Das zu Hause zu haben. Also, verstehe ich nicht. Muss verboten werden. Ich finde, es gibt da eigentlich nur ein Kontra. Dass man das tatsächlich machen kann und das nach Deutschland importieren, das kann ich nicht verstehen. Ich finde es ästhetisch nicht schön, hässlich und unmenschlich, dass man getötete Lebewesen sich als Schmuck hinstellt. Nein, dann kommen wir weiter. Vielen Dank.